Vielen Dank. 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 Ich gehe dann gleich so rum, da muss ich mich hier wieder nicht durchkönnen. So, und aufgrund der Vielzahl der Pferde und dass hier im Parcours noch einige Sachen rumstehen und 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 bitten wir zur Ehrenrunde im Trapp nach rechts abzubrechen. Nein, 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 Moment, ich sehe nichts. Wir sind noch nicht fertig mit der Plastierung. Wir brauchen noch blaue, drei Stücke. Drei blaue Schleifen. Wir brauchen noch drei blaue Schleifen. Holt euch alle, die werden geholt. Ja, die werden geholt. Ja, okay. Auf den ... Okay. Äh, weißt du, dass langt im Trapp? Jetzt, super, super. So, jetzt aber zur Ehrenrunde im Trab nach rechts bitte abbrechen, damit wir hier ganz gemächlich den Abend beenden können. Vielen Dank. So, wir wünschen allen Teilnehmern eine angenehme Heimreise. Denken Sie daran, wählen Sie den Weg hier direkt rechts runter und dann weiter. So, wir wünschen allen Teilnehmern eine angenehme Heimreise.